Hey Leute, im heutigen Video werden wir versuchen, meinen Trophäenrekord für meinen besten Brawler zu knacken. Der liegt bisher bei ungefähr 650 Trophäen. Wir haben eine Stunde Zeit, eben zusammen mit zwei Profis, nämlich Landi und Jethon, eben diesen neuen Trophäenrekord aufzustellen. Landi, müsst ihr wissen, hat zum Beispiel einen Rekord von 28.000 Trophäen und auch Jethon gilt mit als der beste deutsche Spieler. Würde ich sagen, wir springen rein, hatten wie gesagt eine Stunde Zeit und wie hoch wir am Ende gekommen sind mit Crow, werdet jetzt sehen und ob wir meinen Rekord knacken können, würde ich sagen, wir starten rein und wie immer euch viel Spaß mit den Highlights. Unterstütze mich mit dem Creator Code in Wallstars. Dafür kannst du eben ganz rechts im Shop meinen Code Jojonas eingeben und mich damit eben kostenlos unterstützen. Danke. So, würde ich sagen, Countdown steht, Leute. Wir können rein starten. Hallo schon mal alle Zuschauer, freut mich, dass ihr dabei seid. Alter, wir sind schon über 500 Zuschauer, krank wieder. Ja, ich wollte jetzt meinen Ulti nicht verschwenden. Ich habe mir getroffen. Ich habe Mama getroffen. Ja, ich muss. Ich bin nochmal getroffen. Nochmal. Ich habe mir. Sehr gut. Okay, jetzt schon mal eine bessere Ausgleichung. Wir sind schon mal Top 3. Die oben, die fighten da. Der ist tot. Let's go, das ist richtig gut. Ja, ich kriege, ich brauche fünf Schüsse. Okay, das war so los. Ich bin einfach reingelaufen, weil ich einen Cube holen wollte und bin einfach weggestorben. Leute, Chat, was sagt ihr dazu? Los, oder? Oh mein Gott. Na egal. Alter, hol ihn dir. Wie geil. Ah, der zieht. Alles gut, alles gut. Aber es war natürlich Ardenlucky, ich bin eigentlich weg gewesen. Egal, wir holen die jetzt. Ach, Junge. Ey, der Pinguin hat sie getroffen. Ja, ich denke auch gerade, wie viel, wie viel denkst du hier? Ich habe das nicht tot. Ich glaube, wie könnten wir. Was? Die sind immer noch im Leben. Ich weiß es nicht. Oh nein, das Wort noch, mein Kumpel. Äh, zwei Sekunden, ich muss gerade mal hochgehen. Schau, dann was? Ja, komm, 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 komm. Das ist ein Platz 1. Jump, 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 jump. Ja, let's go, wir sind echt... Du hast doch Witze gemacht, ich bin wirklich Erster geworden. Oh mein Gott, bis 9. Ja, ich sag's noch mit Ansage. Oh mein Gott. 663, auf geht's, komm. Ja, du meinst auch die mit der Ulti, ne? Die Deutschen. Ja. Ja. Oh nein, 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 nein. Ja, haben wir noch bekommen. Sehr schön. Ah, nee, das war's, glaube ich. Ja, 1-1. 50 Sekunden noch, die Ulti wird zwar bereit, mal schauen. Wenn wir halt gewinnen, werden wir es halt echt fast 700. Jetzt noch ein Sieg, glaube ich. Ich habe die Ulti bereit. Ich weiß doch nicht, was ich machen soll, die ganze Zeit mit der Ulti. Auf jumpen ist einfach so, ist halt auch nicht so nice, ne? Ja, ich bin schon. Ich bin schon rein, euch. Ich hab viel. Ja, okay, stimmt. Das war gut. Ich bin auf Demo. Ja, sehr stark. Okay, komm, das hier passt. Ah, hätte ich Tara hier auf diesen Account maxed, würde ich Tara spielen. Dann wären die unten easy, schneller. Ja, ist nicht schlimm. Aber ich will jetzt einen Supporter, ne? Damit ihr tun das Geld. Schlechte, Ulti-Sangat auch. Kommst du rein? Let's go, sehr schön. Na, das haut dich dick. Ja, das ist gut. Jetzt können wir drauf jumpen. Ja. Sehr schön, haben wir, komm, jetzt hier rein. Hier rein. Geht, oder? Ja, ja, egal. Ich dachte, da bin ich jetzt aufgeholt. Oh mein Gott, Leute. Ja, ich hab grad gedacht, du hättest einfach nach rechts gehen können. Ja, ja, ich hab's gemerkt. Ich hab's nicht gecheckt. Ich vergesse immer, dass man auch, egal. So. 24 Minuten noch. Und das heißt, wir haben jetzt hier 695 Trophäen. Und wenn wir jetzt gewinnen, hätte ich zum ersten Mal mit einem Waller eben die 700. 48, 45 Sekunden noch, komm. Ich hab gleich meine Ulti bereit, ist richtig. Ich kann reinspringen. Tappen. Sehr gut. Soll ich passen? Ach, jung BTF. Wollt grad passen, egal. Komm, 20 Minuten noch. Komm, Rudi. War das close? Ja, egal, egal. 20 Sekunden. Ich hab' getroffen. Okay, tausend. Ich muss die zweite Starbauer, glaub' ich nicht. Sehr schön, ich hab' getroffen, Zimmer. Wie hab' ich? Was? Warte, ich kann nicht gar nicht mehr. Ich krieg' auf den drauf. Jetzt kann's gut werden. Ja, alle tot, alle tot. Let's go, komm. Yes! Let's go, Leute. Zum allerersten Mal. Jetzt hier damit die 700 Trophäen mit einem Waller. Unten rechts wird noch die Zeit eingeblendet. Wir haben jetzt noch 21 Minuten die Zeit, um unseren Rekords hier auszubauen. Am besten, also 57 Trophäen wäre der nächste Rang. Ich glaub, es wird echt... Aber mal schauen. Wir haben jetzt hier 703 Trophäen. Ah, jung gewesen, Elf, ja. Aber gute Ulti, gute Ulti. Ja, ja, ja. Holt den Ball, hol den Ball. Nein, ich hab' den Ball nicht gesehen. Tut mir leid. Ja, ja, ja. Ein Fehler. Zu spät. Schlechte Ulti vom Spike. Der Spike hat übel schlecht gerade. Ich kann das nicht rausspringen. Ich weiß nicht, wie schlau ist, aber ich mach's einfach nur. Haben wir's? Haben wir, haben wir, haben wir. Let's go, 1-1. Auf geht's. Sehr, sehr stark, okay. So, sehr schön. Leute, danke an der Stelle auch für 881 Likes. Vielen Dank. Mal schauen, ob wir heute 1000 Likes aufknocken können. Hab' ihr die Tarn getroffen, richtig? Ja, schwierig. Du lebst noch. Sehr gut. Hab sie. War nicht gut. Geh ruhig aggressiv rein, denn du bist noch full life. Ja, ich bin full life. Ja, jetzt nicht mehr. Hab' ich anders gesehen. Ja, sehr schön. Auf geht's. Ja, Ulti. Let's go. Das kann's werden. Auf geht's. Tor, Tor, Tor. Haben wir. Oh mein Gott, let's go. Alter, das läuft so krass. Leute. 13,5 Minuten noch. Wie viele Trophäen haben wir? Wir haben jetzt einfach mal 727 Trophäen. Wir können eigentlich echt die 750 packen. Okay, wir haben noch 6,5 Minuten Zeit. Wir holen jetzt zwei Siege. Wir mussten mir helfen, mit diesen zwei Tanks. Ja, ich weiß. Ich versuch's. Ja, ich glaub, das gibt immer mehr die Bluttreppe. Ach, die Ulti war so unnötig. Ist die jetzt weg? Ja, wir holen sie schon, oder? Ja. Shit, da war's unnötig. Jetzt hab ich mir eine komplette Ulti gewastet. Ja, jetzt ist schlecht. Oder? Äh. Ja, was ist das denn? Oh mein Gott. Was soll das denn? Nein. 735 Trophäen. Auf geht's. Wieder zwei Siege. 2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-1-2-2-1-1-2-1-1-1-1-2-1-2-1-1-2-1-1-1-2-0. 4-1-1-1-2-1-2-1-1-1. Ach, es ist keine Lacks, bitte. Ich hab ein bisschen Lacks, glaube ich. Ach, das war natürlich schon mal richtig kassiert. Ohne Lacks wäre das natürlich auch viel einfacher, Alter. Ja, aber es geht eigentlich gleich. ich habe es nicht ändern manchmal kann man das ist ja so viel schaden hast du ja wir haben alter übel lächerlich wie der dich gekillt hat noch ja ich habe sie ich kann ihn kriegen hä wie ich habe ich nicht doch ich habe ihn bekommen ich habe ihn bekommen ist egal war auch opferd kannst du kriegen ja die kriegen wir drei minuten noch leute drei minuten noch wir bräuchten zwei siege jetzt hier die symbiose ja jetzt aber jetzt jetzt ist es mal ein 1 zu 0 wenn ich das gewinnt noch einen sieg aber noch ist nicht so weit okay ich meine ich sie abwarten ich habe meine ulti bereit aber die sollte er nicht nutzen oder direkt hatte jetzt schließen ich meine ball auf ein bisschen nach vorne und ich bin jetzt hier auf die dinge so schlecht ich habe Angst bekommen zumindest alles gut nein nein war sogar gar nicht so berg du hast dein ding getötet zweieinhalb minuten noch die runde holen mit denen schon alles ist so knapp in der zeit aber auch ja alles gut die ein zwei runden machen wir haben ja ja jetzt go oh mein gott alter 2 minuten 20 noch das schaffen wir oder schaffen wir sogar vielleicht sogar echt in der ende eine stadt ja das hätten wir halt echt kaum eine runde noch wir hatten sie ja auch wieder angefangen auch ja das stimmt wir haben es wir haben nicht nur eine ganze stunde gehabt wir haben ungefähr 50 minuten gehabt bloß ein paar lags also so einer krass wir können jetzt mit dieser runde die 750 trophäen schaffen so vielleicht schon nie ok ok wie ist das matcher was würdest du sagen du musst mitte gehen ist schwer aber du musst du musst auf jeden fall die ganze zeit ein vergiften von denen damit wir überhaupt durchbrüchen können ich habe es getroffen sehr gut ja alles gut alles gut ich kann es jetzt hochheben sonst würde ich auch rein schnampen schade sehr schön habe ich ja alles gut schaffen wir alle drei minuten kommen let's go ein tor noch auch für den 750 ich würde den solo voll sehr schön habe ich jetzt hier will ich ein bisschen fern halten oh ich dachte kurz ja die hochgehealt von ihrem kack monster da der alte 21 noch die zeit läuft aber wir können es schaffen ich brauche hier ein bisschen kampf ja ich spring mal rein einfach jawohl nein 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 ich dachte ich hätte ja super ich habe auch bekommen aber es bringt ja nichts super wenn ich den weg springen sollen eher oder egal du musst unbedingt jetzt ihn runterhauen mit mir zusammen das ist let's go nice richtig gut komm jetzt die letzte runde heute oh mein gott ich dachte ich sehe nämlich auch noch sonst wie geräusche bei dir ist irgendwie so ein alien ufo nein das ist die kirche ähm die kirche ähm nita oder oder was meinst du ich weiß nicht ach so das ist nita macht so komische Geräusche aah das heilen macht das geräusche aah jetzt verstehe ich es voll ich habe richtig bist du noch am leben oh nein kannst du machen nein ich hatte keinen Schuss ja ja ich glaube und die ball nicht das karkil ding ist noch der scheiße jetzt musst du unbedingt aufpassen dass du auf distanz bleibst ja ja wir können jetzt richtig abfahren mit dem gif oh mein gott das ist spannend ich werde jetzt nicht verlieren oh mein gott das ist spannend ich werde jetzt nicht verlieren ich könnte rein jumpen ich werde glaube ich ein bisschen naja ich war zu aggressiv jetzt er kann er kann er kann er kann macht er das oh mein gott oh mein gott ja er hat es gemacht alter das heißt die zeit ist vorbei und danke an der stelle an jeton und ja landi hatte ich nochmal damit haben wir jetzt hier meinen allerersten brawler rang 25 751 trophäen mit crow würde ich an der stelle sagen euch wie immer an der stelle im video vielen vielen dank fürs zuschauen wir sind es nicht über 40.000 abonnenten aber danke dafür und ja ich bin gespannt wie es weiter geht auf unserem weg richtung 20.000 trophäen uns fehlt ja auch noch max und ja wie immer danke fürs zuschauen ich bin gerne noch im abstand vorbei und ja noch danke auch an dich landi und ciao kein morgen